Lange ist her, halli hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Videoprojekt. Mein Name ist Eagle26 und ihr seht ja eigentlich schon, was hier im Hintergrund abgeht, was auf meinem Kopf gerade liegt. Es geht Weihnachten ab und ich freue mich tierisch. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja letztes Jahr auch ein kleines Special gemacht. Am 24. habe ich Kirby zurückgezoggt mit einer ersten Facecam-Aufnahme. Und ich habe mir gedacht, da Pokémon mir recht Spaß gemacht hat als regelmäßiges Projekt, werde ich es dieses Jahr an Weihnachten nochmals tun. Weil Weihnachtszeit mag ich wirklich sehr. Und daher habe ich gedacht, ich veranstalte einen kleinen Adventskalender. Und zwar heißt dieser Adventskalender, der hat sogar einen Namen bekommen, der Game Boy Adventskalender. Ich werde jeden Tag ein Game Boy oder Game Boy Color Spiel spielen. Mit euch. Also ich spiele besser gesagt alleine, aber ihr schaut mir zu. Und welches Spiel das sein wird, weiß ich am Vortag noch nicht mal. Also ich werde rangehen. Ich werde am 1. Dezember ein Spiel nehmen und es spielen. Und wie ich auswähle, seht ihr jetzt gerade. Und zwar habe ich hier eine Box vorbereitet. Und in dieser Box sind ganz viele Geschenke. Jede Menge Geschenke. Und in jedem dieser Geschenke befindet sich ein Game Boy Spiel oder ein Game Boy Color Spiel. Das heißt, ich werde jeden Tag, an dem ich spiele, ein Spiel ziehen, auspacken. Und dann werde ich dieses 20 Minuten bis 30 Minuten lang spielen. Vielleicht spiele ich es auch durch, je nach Lust und Laune. Und werde euch dieses Spiel präsentieren. Das Lustige daran ist, ich habe mir für dieses Projekt extra 8 neue Game Boy und Game Boy Color Spiele gegönnt. Und ich würde natürlich am liebsten diese Spiele spielen. Welche Spiele sind in diesem Büchschen? Das sind alte Spiele von meiner Schwester, die sie früher gespielt hat. Darunter ist wirklich ein Barbie-Spiel. Dann außerdem noch Pop der Baumeister. Das sind so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eher die schwächeren Titel und die nicht wirklich so cool sind. Aber ich habe gedacht, da muss ein bisschen Zufallprinzip rein in das Ganze. Und ich freue mich tierisch darauf. Ich hoffe ja auch. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Wir sehen uns dann am 1. Dezember zum ersten Türchen oder zum ersten Videotürchen. Wir sehen uns dann. Euer Ego26. Ciao zusammen.